Viparita Namaskar Uttanapadasana ist die stehende Vorwärtsbeuge Uttanapadasana mit den Handflächen zusammen in der Grußposition hinter dem Rücken. Viparita Namaskar ist ja die Handflächen zusammen hinter dem Rücken und dabei dich nach vorne zu beugen in der stehenden Haltung ist gar nicht so einfach, hilft dir aber die Beine gut zu dehnen und den Rücken dabei relativ gerade zu halten. Es ist auch immer gut, auch nach hinten zu grüßen und Ehrbetung zu haben, nicht nur vor dem, was vor dir liegt, sondern auch zu all dem, was schon hinter dir liegt.